Da oben. Boah, der war schön. Oh Gott, der rutscht da runter, oder? Ja, ja, ganz ruhig bleiben. Oh, fuck! Oh, ein Granat. Der hat einen... Nein! Der schießt hier gleich mit einem Bazooka, oder? Die Hutmenschen schießen immer mit Bazookas. Das wäre ungeil hier. Komm, da ist noch einer. Da ist er! Zack, erwischt. Ist jetzt Ruhe im Karton hier, oder was? Da... Oh! Ach, scheiße. Ah, fuck you. Bam. Da ist der Nächste. Oh, oh, was schießt der denn? Boah, krass. Einen Schuss und bin halb tot, hey. Bist du wahnsinnig. Erholen, Drake, erholen. Wahnsinn. So. Mal nachladen hier. Elf Schuss noch, super geil. Ach, guck hier, ich hab doch meinen Granatwerfer. Ich denke immer nie dran, Wahnsinn, hey. Okay, hallo. Oh! Wo denn? Oh! Okay. Wo ist er? Oh, fuck you. Dich werde ich jetzt... Okay. Yo, yo, yo. Bam, leid das fliegen. Weg ist er. In Ordnung. Okay. Wir haben einen leichten Gehörsturz. Von der Bazooka. Überrascht er uns. Jawoll! Geil, oh Mat. Genau, mit der hat er mich erwischt vorhin. Deshalb bin ich so im Arsch gewesen. Ich hab noch zwei Granaten. Oh, oh, oh. Oh, jawohl, da. Oh. Gell? Wer stöhnt hier rum? Jetzt können die ganzen Bazooka-Menschen hier, oder was? Das, äh... passt mir gar nicht in den Kram. Ihr überlegt euch was nochmal. Oh, TNT. TNT overall. Over and all. Komme ich hier hoch? L2? Okay. Ach, schau. Tatsache. Ist aber arg im Dunkeln hier, hey. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Oh Gott, ich muss wieder springen. Geil, oh Mat. Schön hoch hier. Ah ja. Emulation. Oh, mit der fetten Magnum. Ist das schön. Okay. Jetzt überall sei denn nicht, dass ich hier unfreiwillig einen Bungee-Jump mache. Das wäre unpassend. Oh Gott, oh Gott. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Da schau mal her. Bam. Genau. Und da fliegt er. Noch mehr? Könnte ich dir doch schon noch ein paar rum. Okay. Erstmal ist Ruhe. Dann schauen wir mal hier entlang. Oh, oh, hallo. Oh nein. Was, was, was? Oh, nee. Tja. Dickmops hier. Oh, Herr Schottgang, der uns da erwischt, der wäre mir tot gewesen. Aus der Entfernung. Da wäre mir echt hinüber gewesen, hey. Versteckt er sich hier neben der Treppe und lässt nicht meinen Schatz liegen, hey. Ja, aber hier ist was. Nein, hier ist Munition. Okay, die Leiter kann ich jetzt gleich runterlassen hier. Aber erst mal umschauen. Okay, nichts mehr. Dann wieder nur für Elena. Wahnsinn. Oder? Ja, weiter, oder? So. Ah, schau her. Da geht's noch höher. MMM. M und M. Okay, hier war nichts mehr. Nein. Dann die Leiter hoch. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Ganz ruhig bleiben. Oh, fuck it, fuck it, fuck it. Komm's runter, hier. Fuck it, ey. Der ist ja voll fies. Ja, ja. Ganz ruhig. Oh Gott. Hallo. Meine Fresse. Der Regenabler bleibt ganz kurz oben. Oh, wo schießt der denn her? Von wo? Von unten? Nee, von oben. Von oben kommt er. Wahnsinn. Du Penner. Du Penner, du Penner, du Penner. So. Komm, 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 komm. Jawoll. Uh. Oh, von wo schießen die? Von wo kommen die alle her? Die Dreck, geh runter von der Leiter. Wieso schießen die jetzt alle von... Wo sind die denn? Ich kann sie nicht ausmachen. Oh Mann. Hallo? Der schießt von oben irgendwo. Von da oben. Verdammt. Da, da, da. Achso, da vorne. Alter. Ewig weit weg. Oh, was ist das denn? Scheiße. Verdammt. Da hinten, da hinten, da hinten. Ins Bein kommt er. Jawoll. Tod durch Beinschuss. Und jetzt kommt der Granatwerfer. Der Rest macht der Granatwerfer. Da hinten. Jo. Sag ich doch. Mein Fressen, das war jetzt wirklich kompliziert hier. Ein kompliziertes Shootout. Auch selten. Nicht schön, aber selten. Oh, hier ist kein Geländer. Hier ist Ende Gelände. Da unten waren wir. Und hier oben war doch dieses Gerüche hier, ne? Oh Gott, ich bin doch ganz in der Nähe. Von diesem ekelhaften Gerüche. Ich hoffe, die wird irgendwo hin. Ja. Oh, fuck. Ich höre doch was. Ich höre doch was. Da hinten, da vorne. Jawohl. Oh Gott, das war aber nicht der. Der Bazooka-Mensch. Achso, ist kein Bazooka-Mensch. Fuck, wo schieße ich denn hin? Friss das. Ja, flieg. Okay, wunderschön. Wunderschön. Aber auch das Ende. Oh Gott. Kein Schuss mehr. Oh, ich bin komplett blank wieder. Geile Scheiße. Schnell dorthin. Zur Leiche und die Munition ansammeln. Komm, komm, komm. Na, bitte. Jawohl. Puh. Dann, äh, was ist hier? Nichts. Oh, nett. Das ist mal ein Schirmständer. Himmelarsch. Das neue Totenkopf-Design. Von, äh, irgendwem. Oh Gott. Katje. Okay, okay. Diese Wendeltreppe hier. Diese riesen Wendeltreppe beunruhigt mich. Ich bin so verletzbar von allen Seiten. Versuchen wir siehe lang. Ja. Versuchen kann man es ja, aber hoffentlich scheitern wir nicht. Uh. Noch ein Schirmständer. Gott, was ist das denn? Folterwerkzeug, hey. Oh, ha. Ohne Fackel, sehr schön. Elena, gut mitgedacht. Endlich mal. Okay. Sieht sehr sequenzig aus hier. Oh, da glänzt was. Jawohl. Hier ist nichts. Kommt mir bekannt vor. Nate? Wow. Das ist er, oder? Das ist Drake. Er hat die nicht gefunden. Er ist hier gestorben. So viel zu großem. Sein Leben vertan. Für gar nicht. Nate, können wir weitergehen? Ja. Lebend gerne. Es muss doch hier rausgehen. Siebzehn. Das Herz des Schatzlagers. Ja, traurig. Das ist also Francis Drake. Mit einem Bayonett in der Hand gestorben. Jetzt haben wir ihm den Ring zurückgegeben. Wir haben den Ring nicht mehr, okay? Na gut. Unser Vorfahr. Dann lassen wir mal in Ruhe in seinem Grab. Aber schauen Sie doch nur etwas um. Weil hier muss es doch von Schätzen nur so wimmeln. Nein. Schrottflinte. Was ist das hier in Abgrund? Ich kann es nicht erkennen. Ist hier... Geht es hier runter? Es ist ja dunkel, hey. Munition. Oh je, meine. Oh, hier geht es runter. Ja, somit teile ich das Grab meines Vorfahren. Naja, geht es ja auch. L2. Schon wieder. Okay. Wenn du dich hochhebst, komme ich vielleicht dran. Okay. Aber weißt du was? Das mache ich gleich. Weil jetzt mache ich erstmal ein Poison. Das war jetzt eine lange Session. Dann sehen wir uns im nächsten Part oder gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao.